Jo, was geht ab Leute? Hier ist F.A.R.D. und wie ihr alle mitbekommt, Wetter wird gerade schlechter. Die Jungs von Catch Your Fire haben sich überlegt, das ist ein guter Anlass, ein bisschen Feuer zu legen in einigen Städten. Und wie man F.N.A.S.E.S.E. kennt und liebt, lasse ich mich natürlich nicht schlumpen und werde dabei sein. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall in eure Stadt. Wir haben nur erstmal ein paar Dates angepeilt, vielleicht wird sich in Zukunft mehr ergeben, aber Anlass dafür ist erstmal in Stuttgart, in Basel, in Würzburg und in Mannheim. Die Dates dafür werden gleich für euch eingeblendet, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch die Tickets in Vorbestellung eurer sichern. Natürlich könnt ihr die auch an der Abendkasse holen, seid auf der sicheren Seite und bestellt sie einfach vor, ganz einfach und bequem auf www.eventbüro.com und geht einfach auf www.catchyourfire.info, dort kriegt ihr alle Infos noch dazu, die ihr braucht. Wir kommen auf jeden Fall in die vier Städte, werden Feuer legen, damit der Herbst auf jeden Fall einen guten Grund hat, sich wieder schnellstens zu verpissen und ja, kommt einfach vorbei, wird eine gute Show, verspreche ich euch und der ein oder andere neue Song vom neuen Album wird definitiv auch performt. Ich habe meinen Kollegen Hammert auf jeden Fall, denke ich, mit dabei. Also wir sehen uns in eurer Stadt, FNASISI, catch your fire!